Hi, ihr seid wieder bei Kauskanz, ihr seid bei Angie. Angie Goes Fashion 3.19 Teil 2. Ja, ich war ja shoppen, wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, habt ihr auch schon mein erstes Teil gesehen. Und hier kommt der zweite Teil. Ich liebe Ad Leisure, ich liebe Sporty Style und deswegen gibt es bei mir auch meistens eine Cap oder ein ganz normales T-Shirt. Also wenn ihr mal schaut, diese Jacke. Sieht top aus. Aber der Hit sind die Ärmel. Wenn ihr mal guckt, die kann man so, ja auch shoppen sozusagen. Ja, kannst auseinanderziehen, kannst sie dadurch kürzer machen oder auch eben halt länger. Tolle Farbe und schon wieder Altrosa. Ja, ich habe im Augenblick immer, ihr wisst, ich habe immer so Phasen und im Augenblick ist es Altrosa. Das kann man mit Schwarz mischen oder auch jetzt mit Weiß. Und ich habe sogar Oliv probiert, aber das zeige ich euch mal ein andermal. Jetzt zeige ich euch erstmal mein T-Shirt. Ganz klassisch Basic. Allerdings steht drauf London Paris. Dazu brauche ich dir eine ganz normale Jeans an, beziehungsweise eine Jaggings. Eine Jaggings ist ja so etwas zwischen Jeans und Leggings. Und die sehen immer gut aus, ja, die sehen immer aus, als wenn du wirklich eine Jeans an hast. Und die sitzen perfekt. Also perfekter Style. Okay, okay, wenn du diesen Style wieder zu sportlich findest, also ist ja Angie-Style, dann kannst du erstmal die Caps wettgelassen. Kommen wieder ordentliche Haare. Dann die Jacke. So, und dann kann man anstatt der Cap ein Schal nehmen. Auch den fand ich richtig toll von der Farbe. Wenn ihr mal guckt, sieht einfach schön aus, ja. Tolle Farben, altrosa, grau, nude, also alles, was im Augenblick gerade so ein bisschen frühlingsmäßig unterwegs ist. Und ich trage den einfach so lässig drüber. Ja, und schon sieht das ganze Teil edle aus. Du kannst natürlich auch es so tragen, wie du magst. Ich mag es ja ein bisschen sportlich. Okay, also, deswegen bleibt ihr einfach mal so. Ja, und das war schon der zweite Teil. Hier könnt ihr mal die Jacke kurz sehen. Yes. Okay, das war der zweite Teil von Kauskans, Angie Goes Fashion. Das war jetzt gerade Teil 2. Lasst euch überraschen. Ich werde weiter an meinem Thema arbeiten. Und natürlich gibt es auch immer wieder Sport. I promise. Also, gib mir einen Kommentar, macht ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder bei Kauskans und bei Angie. Tschüss. 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 Tschüss.